Hey Leute, willkommen bei Bambino TV. Wir sind wieder zurück, heute mit einem Playmobil Video, denn wir öffnen exklusiv für euch den Playmobil Adventskalender von Playmobil Piraten mit der Bestellnummer 70322. Und ab heute öffnen wir jeden Tag ein Kalendertürchen für euch, bauen das Püppchen oder was auch immer darin ist für euch auf. Und ihr seht dadurch, was in dem Kalender enthalten ist und was man damit alles so machen kann. Das Gute bei diesem Kalender ist, anders als bei anderen Playmobil Kalendern, ist auf der Rückseite nicht drauf, was genau in welchem Türchen ist, sodass hier noch eine gewisse Vorfreude herrscht. Zwar sieht man an der Seite, was genau sich in dem Kalender befindet, aber es ist nicht gesagt, hinter welchem Türchen sich die einzelnen Dinge verbergen. Dann machen wir uns mal ans Werk. Heute ist der 1. Dezember und wir öffnen für euch exklusiv das erste Türchen. Die erste Überraschung gibt es gleich bei diesem Kalender, denn wenn man ihn aus seiner Hülle befreit, sieht man nicht nur, dass es 24 Türchen gibt, so wie es ja auch sein sollte. Immerhin ist das ja ein Kalender, der uns helfen soll, die Weihnachtszeit zu überbrücken. Sondern wir sehen auch, dass es anders wie bei so manch anderen Playmobil Kalender ist. Denn das Diarama, beziehungsweise der Pappaufsteller, der befindet sich hinten dran festgeklebt. Wir haben ihn hier schon einmal gelöst und für euch daneben gelegt. Dann fangen wir an und öffnen das erste Türchen. Hier haben wir Türchen Nummer 1. Nehmen wir einmal rein mit dem Finger und schauen nach, was sich darin verbirgt. Eine Tüte und wir haben Glück, sofort ein erster Pirat. Dann machen wir uns da direkt mal ans Aufbauen. Wir haben einmal für euch die Location gewechselt, damit ihr das Ganze besser sehen könnt. Bei dem Pirat wird zunächst einmal auf dem Hut die rote Feder oben festgesteckt. Anschließend kommen die beiden goldenen und der silberne Armreif an die Arme des Piraten. Dann noch die grünen Schulterklappen oben festmachen. Und anschließend bekommt der Pirat seinen goldenen Säbel. Und schon ist der Pirat fertig und wir haben das erste Türchen aus diesem super Adventskalender aufgebaut. So Leute, das war es hier bei Bambino TV. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Und ihr dürft dieses Video auch selbstverständlich mit all euren Freunden teilen. Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren. Kommentare sind ja leider nicht mehr möglich. Und wir freuen uns, wenn ihr euch auch all unsere anderen Videos anschaut. Tschüss, bis zum nächsten Mal!